Alles schöne gute Moin Leute Ja, ich habe wieder Post bekommen Aber hier nicht meine Adresse, gucke nur So Post bekommen Päckchen Ich kann mir schon denken was da drin ist Achja, falls das jetzt ein bisschen ruckeln sollte, das tut mir leid Aber die Lichtverhältnisse sind halt um halber zwölf morgens nicht so toll Und vor allem ist es noch draußen sehr sehr düster Regenwolken und so So Dann packen wir das mit auf Gucken was da drin ist, wie gesagt Ich weiß ja denke schon was drin ist Ich hab's ja bestellt Ha, ha, ha So Andere Seite So Es ist Zeitungspapier Jobbörse Wey Da freu ich mich so drauf Ja Nein Da ist natürlich was eingewickelt Und zwar Und zwar Pokémon Stadium 2 Technik gestreikt hat Also Ja Hier was hab ich ein Ich hab's auch hier grad stehen Deine Pokémon aus Gold und Silber in 3D Ich hab mir Pokémon Stadium 1 bestellt Das kommt denke ich heute auch noch Weil ich will ja schon das Transferpack dazu haben und alles So Dann holen wir mal hier das gute Stück raus Ja Bling Bling So So Hier ist hinten was drauf gekritzelt Das hab ich allerdings nicht gewusst DDWW ist da irgendwie so ein Geheimkopf So In dem Fall aber so von vorne ist es sehr schön Glizia Glizia Sehr schön Gold und Silber so Richtig geil ne So Haben wir noch was drin oder war ist das schön Scheint War ist das schön Gut Hab gedacht ich wäre noch ne Anleitung drin gewesen Wär nett gewesen Aber Man kann ja nicht alles haben Ne So Ne So 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 Kommt mal mit der Ich bringe mal bisschen Bein Luft Ach nutz egal So Hier sieht man mein tolles N4-Nichtes-Gerät Und hier Uh Mario Kart So Ach Gott wie hab ich das vermisst So Dann steckt man das Ding rein So Und hier auf meinem super tollen Fernseher Mini Deluxe Ist voll ab So Ach Das gute alte N4-Nichtes-Gerät Ich bin mit dem N4-Nichtes-Gerät großgeworden Wie gesagt Anderen sorgt Hör sie es an Hör sie es an Hör mal Das ist hier Live-Action So Wey Geht das ab oder was Hör 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 Voll cool So ich schock jetzt noch ein bisschen Und ihr dürft auf meine anderen Unboxes gespannt sein Ich warte immer noch auf Pokémon Black und apropos Black and White, verfüllt mein Black Walkthrough und so. Also ich talk jetzt ein bisschen. Bis dann. Ciao.